Karte für die Kanalisation. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ich dachte, sie wollte nur was sagen. Nein. Untersuchen, jetzt halt. Warum hat der eigentlich laut solche Dinger dabei, ey? Ach stimmt, das war ja bloß Flint-Munition kombinieren, so. Äh, jetzt halt. Allein bringt es mir nix. Können wir eigentlich bei 10 überspeichern. Ah. Das ist Tasche drin. Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Oh, toll, da brauche ich nicht. Ich habe wohl öffnet eine Stromquelle. Kanalsicherheit. In der Kontrollbereich der Anlage wurde unbefugte Person gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen die alternden mechanischen Schlösser und planieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlüssel erfordert einen speziellen Akku, der in alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen sie ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn sie sich in der Anlage bewegen. Was sind denn das für Vorgaben? Ich habe mir sonst sowieso voll bescheuert. Und rutsch. Oh Gott. Ja. Die Klamotten muss sich verbrennen. Wenn es nur die Klamotten wären. Ich meine, du wurdest schon voll gesaugt an... Was zur Hölle ist denn das? Warum hat es mich jetzt erwischt? Hä? Ich sehe nichts mehr. Hä? Noch ein Sp... Oh ja. Oh ja, Mann. Tagebuch des Forschungsassistenten. Gammers wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge, Kampfpotential gering. Mit zusätzlichen Hormon- und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotentials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potential aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Karlisle ist mehr als je zuvor geschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. Es ist jetzt zwei Wochen her, seit wir in der Kanalisation umgezogen sind. Die erhöhten Temperaturen führen zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotzdem seiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach zwei Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Was aber als Schutzmaßnahmen leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir die Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen, aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen, zum anderen Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unserem Labor verhört, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Verweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas, europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja einsehen. Sprengstoff. Kann ich zufällig mit Sprengstoff und Schießpulver kombinieren? Warte mal, verstauen. Wahrscheinlich bloß mit dem großen, ne? Scheiße. Warte mal, da war doch noch was. Rechnung von Gans Shop Kendo. Besondere Motivation vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl Munitionsarten kompatibel macht. Stellen sie sich für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussvergrenze, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Explosivgranaten, Sprengstoff A mal 2. Brandgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B. Säuregranaten, Sprengstoff B mal 2. Minigranaten können eigentlich einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würde uns gegen die Gammas nicht helfen. Alles klar. Schnellzugriff. Das heißt, ich muss die jetzt eh weghauen. Was ist denn das? Was ist denn das? Was war das? Hat sich jetzt eh erledigt. Äh, schnellzugriff, zack. Scheiße, ich brauch Sprengstoff Zeugs. Und wie viele von den Viechern sind hier? Zu viele! Kann aller bitte bei alles. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kanai erwischt. Kane erwischt. Ich hab alles gesehen. Eins von diesen Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen. Den Kopf bis Fuß. Musste zu warnen, als Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Kops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich hab von denen... Ich hab denen gesagt, das kann nicht sein, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammtes stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich hab sie abgeschrillt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Auf die verdammten Kopf kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht auf den Schreibtisch tätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer die zu Flicks auftaucht, hau ich ihm direkt in seine dicke hässliche Fresse. Das war nicht so geil. Es gibt Autospeicherstände, hab ich gar nicht gewusst. Irgendwann drinnen zu verstanden genommen, drücken sie wiederholen oder bewegen sie, um sich schneller zu erholen. Es gibt zu viele Sachen, wo man einfach sterben kann, oder? Also finde ich jetzt persönlich. Oh, warte, ich kann ja auch blicken. Oh! Das ist aber schnell weg. Okay. Warte mal, ich hole mal zurück die Flintenmunitionen. Aber wie sie halt voll nass war da durch, ne? Das ist schon irgendwie cool. Das fangen wir jetzt kleiner? Nee. Das fangen wir jetzt kleiner? Nee. Was? Das fangen wir jetzt an. Das fangen wir jetzt an. Sprengstoff A Was haben wir da schon, ein Liebesbrief? Mein kleinen Liebling, es ist bereits drei Monate her seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Lieber als die kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts geringeres als die Spitze der Hunter Serie. Und doch befallen sie mir euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führen eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerke beim Fressen freigelegt sind und sagen, ihr seid mangelhaft haben, die nie von Charakterschwäche gehört. Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meine geliebten Hunter-Gammers wahrhaft überlegen seid. Das ist... Die sind aus der Hunter Serie, Alter. Hochwertiges Schießpulver. Wie war das nochmal? Was habe ich hier alles? Da ist der Akku! Wie kann man sowas hier eigentlich hierher verlegen? Einfach. Scheiße, hier ist so viel Zeug, ich kann nichts mitnehmen! Alter, es gehen noch maximal 20, musst du mich verarschen. Ich muss mich eh heilen, oder? Nein, warte, ich muss den... Akku auch noch mitnehmen. Okay, ich baue mir jetzt Granatenmunition und da komme ich nochmal hin. Und hoffe einfach, dass da... Da hätte noch mal einer auftaucht. Keiner da, keiner da, keiner da, keiner da, sagt mir das... War das gerade ein Zombie? Okay, das kann rein. Momentan brauche ich das Messer auch nicht. Okay, dann können wir den Akku... Warte, 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 warte. Warte, kurz mal schauen, warte, was kann ich? Inventar, Akten. Schlöster, Chatsnotiz, letzter Eintrag, Gebisssoldaten. Tutorial, Karte benutzen. Wohngebäude. Rechnung von Ganshop. A und B wird Brandgranaten, sehr gut. Bitte sag mir, dass das viele Brandgranaten werden. Bitte sag mir, dass das viele Brandgranaten werden. Bitte sag mir, dass das viele werden. Drei. Scheiße. Schnellzugriff. So, ist der Platz auch wieder frei? Mich stört es, wenn das so komisch ist. Ähm, okay. Speichern? Speichern. Wir holen den Akku und dann geht's weiter. Ich bin froh, dass wir ihn endlich speichern können. Okay, wir haben drei Brandgranaten. Das heißt, wir müssen öffnen... Wir sollten es nicht verwenden, wenn wir es nicht müssen. Oder wir stinksauer sind oder verreckt sind. So, Akku holen. Oh Gott sei Dank habe ich mehr ausgeklärt und nicht bloß eins weg. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Am Ende Kann man da drüber? Ich glaube net Schauen wir mal, was noch kommt. Wir haben noch einen Schuss und wissen jetzt, dass wir, wie schnell, wie gut dass wir achso, ja, dass wir die mit einem Magazin, ja, mit sechs Schuss, glaube ich, kannst die killen. Naja, dich habe ich schon gesehen, aber du interessierst mich einfach nicht. Ja, du bist ihn los, dafür hast du einen Haufen andere Viecher getroffen. Oh, scheiße. Und warum hast du der da dabei? Ein Flammenwerfer. Er kann Waffen benutzen. Warte mal. Gott sei Dank. Grünes Kraut Sprengstoff Warte mal. Kombinieren wir einen draus. Normale Granaten. Okay. Schießpulver kann rein. Kraut nehmen wir mit. Ach, ich habe noch rotes Kraut. Okay. Der Penner fängt an zu nerven. Und die Frage ist, wo hat er den scheiß Flammenwerfer? Den Flammenwerfer, der Flammen... Den scheiß Flammenwerfer hier. Ah Als ob ich dich in der Xene penne Willst du mich jetzt verarschen? Alter, warum spackt denn jetzt mein Fuck-Controller wieder? Warte, der ist da unten durchgekommen, oh Scheiße Ich muss hier raus, schnell Nicht schauen, laufen Äh, oh Shit Oh, das hat mich gar nicht interessiert, ich kann nur davonlaufen Ja super, eine Granate verspendet Ja, danach ist man immer schlauer, ne? Yeah, Feuerhülle Und wie komm ich dann da runter? Oh, yeah Ja, geil Nein, überhaupt nicht geil Schaut da überhaupt mir noch ein Bossfighter aus, oder? Hey Flammenboy Hey Flammenboy Okay, das geht Jetzt schaust du blöd, mein Freund. Warte, wir waren da nicht. Da waren noch Granaten drauf. Was waren da noch? Oh, Monizu. Oh, oh. Wechsel schneller. Gehen wir noch mit. Und bitteschön, Penner. Oh, scheiße. Alter. Dafür... Ist das euer Ernst? Der weicht meiner Granate aus. Bist du bescheuert? Alter. Ach. 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 Vielen Dank.